Wieso ziehst du den an? Friert deine Prothese? Wieso hast du ihn mir nachts ausgezogen, du Spinner? Der stinkt nicht, den musst du niemals waschen. Komm, zieh ihn drüber. Sehr gut. Du hast dich inzwischen dran gewöhnt. Wie ist das? Beim Gehen bemerkt man's gar nicht, oder? Zum Glück bin ich mit dem linken Fuß auf die Mine getreten. Warum? Meine Mutter hat gesagt, ich soll mit dem rechten Fuß zuerst aufstehen, damit mir alles gelingt. Das hat bei dir irgendwie nicht gewirkt, glaube ich. Nein, danke. Ich danke.